Am Anfang habe ich gedacht, das ist ganz normal. So wie bei allen anderen auch. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich gar keine Kontrolle darüber habe. Was kosten die Melonen? Mein ehemaliger Chef hat mir den eigentlichen Kündigungsgrund nicht genannt. Ich kann mir aber schon denken, warum. Ich hab doch immer gute Arbeit gemacht. Er meinte nur, ich müsste dringend mal zum Arzt gehen. Ja, Tourette-Syndrom. Singtourette. Ziemlich selten. Ähm. Ab da ging alles ganz schnell. Hey Leute, Samstagabend. Wir spielen euch wieder die fetten Beats, um euch einzugrooven für eine lange Kartenjahr. Jetzt komm her, Bruder. Ich schmier dich aufs Brot. Du auch, Marmelade. Aus einer neuen Perspektive heraus betrachtet sieht alles immer ganz anders aus. Ich habe mir nie groß Gedanken über das Schicksal gemacht. Warum dir Dinge widerfahren? Und wohin sie dich führen? Ich weiß nicht, warum du springen willst, aber... Dein Problem ist gar nichts gegen meins! Bis zu jenem Augenblick. Skylight Express! Skylight Express! Skylight Express! Skylight Express!